Es wird düster rund um die Rolle Toni. Olivia Marei ist endlich wieder als Toni zurück bei GZSZ. Die Vorfreude darüber wandelt sich allerdings schnell in Sorge, denn die Polizisten ist nicht mehr dieselbe. Sie ist abhängig von Schmerzmitteln. Eine düstere GZSZ-Story, die es mehr als in sich hat. Wie Olivia Marei das findet, gibt es im Video zu sehen. Toni kommt aus den USA zurück in den GZSZ-Kiez und hat ein großes Problem. Die Story Toni wurde bei einem gefährlichen Einsatz in den USA angeschossen. Zum Glück nur ein Streifschuss und trotzdem hatte Toni große Schmerzen, die sie mit Hilfe von Tabletten betäubt. Eine Beruhigung, die immer mehr zur Sucht wird und so wirft die Polizistin nun regelmäßig heftige Schmerzmittel ein. Für Olivia persönlich ist es ein Segen, ein solches gesellschaftlich relevantes Thema spielen zu können. Im Interview erzählt sie uns, es ist total schrecklich und furchtbar und eine Sucht ist nie positiv. Aber es ist so wichtig, dass wir sie erzählen. Olivia Marei Sie versucht es so ein bisschen wegzuschieben. Und wie geht Toni in der Serie mit ihrem großen Problem um? Für sie existiert es erst einmal gar nicht. Sie versucht es so ein bisschen wegzuschieben, dass sie abhängig sein könnte. Sie versucht einfach nicht darüber nachzudenken, ob sie noch Schmerzen hat oder nicht, so Olivia. In den kommenden Wochen heißt es für Toni dann mehr schlechte, als gute Zeiten. Aber natürlich werden ihr die Fans auch dabei nur zu gerne zu sehen. Besuche es,Radio, die wir uns beteiligen, dann haben wirkiem english ge sourced an. Ich danke dir als Freunde, wie wir uns dem cruising tun tun.